Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was haben wir hier wieder leckeres? Die Creme de la Creme, beziehungsweise, ja ich sag mal so, die Top-Neuheiten, Brandneuartikel von Funke. Die Tarnschlag Blaue, dann die Honey Badger, diese neuen Böller. Wo wir mal ganz kurz, wo wir gleich hinten reingucken werden, Vortex Salute, Screamshot Small und Feuerfalke von Funke. Wie gesagt, wir gucken mal ganz kurz bei den Honey Badger hinten rein. Diese Böller sind übrigens Kategorie P1 und haben 6 Gramm NEM. Oh ja, da piept ein Uhr. Das ist immer wieder gut. So sehen die aus, von hinten. Von vorne werden jetzt auch nicht viel besser aussehen, schätze ich mal. Aber so von vorne, sieht man es ja, ne? Ja. Und so von hinten. Genau, ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit einem Tarnschlag Blau. Zwei Tarnschlag Blau, schießen wir hintereinander. Let's go, meine Freunde. Viel Spaß beim Video. Oh, da war der erste. Okay, jetzt kommt Honey Badger. Direkt ein gutes Böllerchen. Honey Badger mit 6 Gramm in der Kategorie P1. Oh, yes. Und. Oh, ho, ho, ho. Ah, geil. So, jetzt machen wir mal was. Nämlich ein Feuerpfeifen. In der Variante Brocard. Die gibt es auch in Silberknister. Wir machen es aber in der Variante Brocard. Ich gehe mal dafür hier vorne hin. So, let's go. Feuer. Feuerpfeifen. Feuerpfeifen. Wunderbar. Ja, richtig schön. Ich finde, richtig schön. Ja, ich glaube, die speichern wir jetzt erstmal noch auf. Dann machen wir ein Vortex Salut. Und, genau, ein Vortex Salut. Jetzt sind schon gar nicht mal so viele drin. Und gleich auch noch ein Screenshot Small. Gut, wir starten mit dem Vortex Salut. Liegt wieder nach oben, ne? Jawoll. Und jetzt der Screenshot. Auch von Funke natürlich. Ja, aber der war auch ein gutes Stück lauter. Mir persönlich, Leute, gefällt übrigens der Screenshot besser. Der hat auch so einen geilen Schweif. Hat ein richtig, also ziemlich lautes Pfeifen. Und er hat einen etwas lauteren Knall als der Vortex, würde ich sagen. Gut, das war es schon mit dem Video. Von dem Artikel meinen nur eins gezündet. Zu den Artikeln gibt es ja auch Einzelvideos auf meinem Kanal, beziehungsweise noch andere, wo ich die mehrfach zünde. Das heißt, schaut euch da gerne um. So, Leute. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nicht zu verpassen. Und da wünsche ich euch noch viel Spaß in der Vorfreudezeit. Haut rein. Schöne Weihnachten und bis dann, meine Freunde. Get down, get down to the B-Side. Schöne Weihnachten und bis dann, meine Freunde. 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 Bis zum nächsten Mal.